Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moment mal, ist das so richtig, dass es so schief ist? Na, ich hoffe mal, dass es so ist. Okay, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Ja, doch, ich glaube, es ist so. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu Pokémon Feuergrünen Edition. Wespat hat uns, ja, ein Team-Shopped-Vorstand das Zeher vom Zerschneider gestohlen. Warum auch immer. Wollen damit angeblich mit dem Buchstaben von dem E von Professor Eiche und dem Buchstaben der Pokémon und dem Zeher von dem Zerschneider wollen sie ein ultimatives Buchstaben Pokémon machen. Ja, das hat uns letztes Jahr erklärt. Aber ja, hier finden wir auf jeden Fall, wo sie war. Wenn wir jetzt die Tür öffnen, dann können wir es eh nicht, die danach schlagen, die ich die ganzen Türen öffnen. Fällt mir eine ganz bestimmte hier hinten ein. Über diesen, ähm, durcheinander hier. Was wir im letzten Park gelöst haben. Äh, Gott, das ist falsch. Im letzten Park gelöst haben. Das ist falsch. Das ist richtig. So, hier, jetzt können wir die Tür öffnen. So, Tür öffnet sich. Perfekt. Und jetzt? Was? Ich hab so eine, äh, Frau... Ja, du schon wieder hier. Und jede Port. Was ist das hier? Ein Stein. Was? Was? Obwohl es auch merkwürdig ist, dass ich Tränke nicht in Trun oder Gewisch finde, sondern in Polkowel und Stein. Hatte man... Was? Da waren zwei Supertränke drin. Oh, geil. So wie ich das gut jetzt noch. Untergrund. Eine Eishölle? Jun in der Stadt? Den Ingenieuren hat man wohl in den Kopf geschissen. Alles klar. Oh Gott, schau dich mal das Meryl an. Ah, hi. Geht's dir gut? Äh, ja. Gut. Der ist noch nicht sehr wichtig für, das ist mir schon klar. Ich bin schon mit dem Teckel. Sau nicht viel stärker. Wow, zwei Schaden. So war ein Eindruck von dir. Hm. Was ist das denn? Beleber? Beleber? Okay, cool. Kommt sie auch mal können. Ah, das ist noch mal das Meryl. Wahrscheinlich ein deprimiertes Meryl. Wir hatten ja schon deprimiertes Raupi und das war wahrscheinlich ein deprimiertes Meryl. Meryl. Okay. Geil. Routenstamm. Bam. Sind die jetzt aber in der Verteidigung. Ja, okay, dafür dass es nicht so wichtig ist. Oh, okay. Ich merke gerade, ich habe in der Tat auch schon überlaufen. Ja, okay, das stimmt so. Hab ich ja rein gefragt, warum es so wird schon so klein. Nee, passt schon. Also warum das nicht so gepasst hat hier dann. Aber das passt schon so. Jetzt ist es ja normal so. Dann wird es mir ja geil. Ich hätte einen Trank einsetzen sollen, oder? Also wenn man die ganze Zeit den Scheiß einsetzt. Einigler. Ist es mir egal. Töte es jetzt. Komm. Boah, jetzt geht es doch schon daneben. Dammit. Töte es doch endlich. Oh, du stirbst selbst. Oh. Du stirbst wirklich. Du Noob. Ey, ich glaube ich spiel. Wurde jetzt ein Mensch geheilt, oder muss ich jetzt nochmal dich extra ansprechen? Hallo. Ach komm, heil einfach los. Oh, ist das ein Chaos hier. Toll, jetzt darf ich hier nochmal den ganzen Scheiß mit... ...in dem Quartier durchgehen oder was? Ja, tatsächlich. Na gut, wir sehen uns an der Stelle wieder dann. Ähm. Okay. Da sind wir wieder. Und ich wurde einfach mal hier von einem Schneepika angegriffen. Wollen wir uns den fangen? Habe ich wie eine Pokéballer aufstellen? Einen. Ein Pokéball, ein Superball und ein Superball. Wollen wir den mit dem Pokéball fangen? Ja komm. Ich hab den nicht eingesetzt. Oh, ich hasse dich so, Alter. Ich hab den nie eingesetzt. Fuck you. Ja toll. Jetzt habe ich den... Jetzt habe ich einen Pokéball verschwendet. Toll. Ach du Gott. Oh Gott. Hier geht's schon wieder weiter. Können wir uns nur... Hier siehst du... Jetzt kann man jetzt hier so und jetzt kann ich mich nirgends woanders hinbewegen. Nur hier. Oh Gott. Jetzt haben wir schon den... Schockert, äh... Hopfartier schon genervt. Okay, wie komme ich das Item ran? Pokéball. Okay, gut. Pokéball wiederkommen. Zubat. Okay. Auch nicht schlecht. Ah, gut, Saga. Kafferknauer. Stärker. Ja, 23 hier. Da unten. 80p. Hier kommt ich jetzt das Item da oben ran. Ein Fleckmon. Was es hier halt gibt. Ja. Hätte ich mir denken sollen. Nein, ich wollte ja gerne einsetzen. Aber im Prinzip ist es eigentlich egal was er einsetzt. Es ist eh alles gleich stark. Da ist er da hier so als andere Aquaknarr und so nicht sehr effektiv ist. Es ist eh alles gleich stark. Gott. Das ist von der 60er hat seit meinem Angriff früher. Obwohl das jetzt aber meistens sogar schon gemacht hat sogar. Nice. Was? Das ist jetzt schon wieder. Ah, wir haben ein Schneepieker. Komm, versuch uns nochmal. Diesmal aber schwächeln wir es auch vorher. Daneben. Was für ein geiler Start. 12 Charme. Guck mal, das sieht schon besser aus. Du warst nicht sehr wichtig, ne? Gut, dann nicht. Da ein Spiel sterben. Was hab ich jetzt gefunden? Alter. Ach Gott. Das hab ich jetzt gefunden, Alter. Ach Gott. Sollten wir es mal abgewöhnen. Denn hier ist es eigentlich ziemlich wichtig. Ich bin ein Schneepieker. Das geht ab. Ja. Wollen wir es jetzt mit dem Pokémon versuchen? Soll es einfach mal kommen. Komm. Versuch es. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Und natürlich ist es beim dritten Rappel noch ausgefallen. Oder beim sechsten. Was? Selbst wieder aufbauen? Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Alter. Dörf nicht. Kritisch. Ach Schneeattacke. Bessie. Na Eisattacke. Eisattacke. Eisattacke, oder? Oh Gott. Eisattacke passt schon her. Fähig dann. Superball für verschwenden? Ne, komm. Bringst du einen, ne? So. So. Verflödig. Ich verschwende da jetzt kein Superball für verschwenden. Der will ich hin. Was? Oh. Ach so. Ja. Schiegi entwickelt sich. Schöler. Mit einem... Halztuch? Mit einem Halztuch? Oh cool. so bis zu erlernen das ist ja auch nicht so gut Prozent beschloss es sich an Drogen und zu Wort ja das ist aus ich möchte auch zu wissen über das Item nach ankommt aber ich glaube ich weiß so und so oder auch nicht oder auch nicht ja doch nicht warte mal ach bin ich blöd ach du scheiße so 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 an ich cutter Das ist doch nicht richtig, ne, 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 gehe ich hier durch, ja, ich weiß es doch nicht, ne, ich weiß es doch nicht, ne, I don't know, das geht mir ein Pokemon, ein Merel, ein Piss, neun, den Merel schlägt, schlägt zurück, ganz cool, das kann man Irland, das geht mir ein, ich kann mir dann mal gucken, Ich weiß nicht, wann er rankommen soll. Kann ich dir nicht helfen? Tut mir leid. Sehr effektiv. Oh, cool. Wenn du es sehr wegkriegst, dann... Das killt wieder mal nicht. Vielleicht nicht noch mal. Mach einfach, komm. Ach so, dann bist du weg. Oh, langsam nervt mich aber hier. Sollte man langsam mal wieder fliehen und so. Das sollte ich mal langsam wieder machen. Langsam wird es mir zu viel hier. Ich weiß nicht, wann das Alto rankommt, ey. Irgendwie muss man auf den einen Klosterzweiler hochrufen. Ah! Ne, doch nicht. Na? Nein, dann und dann, sich das auf den Fensterzweiler hochziehen. Ach, die einzige Möglichkeit, das hätte ich diesen Kristall aus dem Weg zu wollen. Das geht ja nicht. Wie soll ich das machen? Das geht ja nicht. Da steht ja ein bisschen wenig. Kann man den schon überlegen? Nee, geht nicht. Nö, ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Sorry, ich weiß nicht, wie. Ja, ich sollte jetzt, ich glaube, wir sollten jetzt wie. Oh, obwohl, einmal. Ein, also jetzt ist mal. Ich denke, ich mache. So, jetzt bau noch eine Stopp, ich bist so. Ähm, und tschüss. Wir müssen ja auch schließlich auf unsere AP denken. So, der für 17. Das Pace hier durch. Ja. Nein. So, was machen wir hier? Das wären sie schon Level 11. Das wären sie schon Level 11. Ich würde sagen. Da waren sie auch schon Level 11. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach durchgehen. Super. Ich würde sagen, gegen Kämpfen wir auch nicht. Ein Trank. Könnte ich den Felsen so bewegen? Ja, hier wollen wir hier, ähm... dieser eine VN da. Mit dem man, ob ihr, äh, Felsen und sowas bewegen kann. Ich weiß, äh, ich weiß jetzt, äh... Also ich weiß, dass man, äh, dafür, äh, dass es eine gibt, aber ich weiß jetzt nicht die Namen. Ähm, einige, die Pokémon, äh, die Pokémon, äh, gespielt haben, äh, die Pokémon kennen, die wissen, die damaligen, wo es noch vor allem ist, gab es ja keine mehr. Also, äh, die gespielt haben, äh, noch, äh, vor allem es gab. Ja, die wissen, äh, welche, wahrscheinlich, welche ich meine. Und, äh, ja, brauche ich es auch gar nicht sagen. Wie ein deprimiertes Meryl. Nein, nicht Pokémon. Soll ich denn hier lang? Wo soll ich denn hier lang? Ich geh doch hier nirgends wo lang, warte mal. Flucht, hab ich nicht Schutz? Ich hab doch irgendwo einen Schutz eingesammelt. Ja, hier, einmal. Wow, das ging ja schnell vorbei. Da, der Schutz ging ja mal schnell vorbei. Hä, wo sollen wir lang? What the fuck? Ich weiß nicht, wo wir langen sollen. Oder sollen wir ja noch nicht weiter? Kann das sein? Sollen wir hier noch nicht weiter? Weil, da haben die doch den Zerschneider und den brauchen wir doch. Warte mal, haben wir die überhaupt? Weil, es wurde ja der Zea, das Schneider, also, der Zea vom Zerschneider wurde ja geklaut. Also, mal schauen wir mal, ob wir überhaupt noch sagen. Wir haben letztens Schneider, oder was? Les mal nach. Schneider, lässt sich nicht verwenden, da das Zea fehlt. Geil. Ja, toll. Ja, was sollen wir jetzt tun? Wo sollen wir jetzt hin? Die komme ich ja offensichtlich nicht weiter, das ist es ja. Ich brauche da einen... Ja. Da ist eine andere VM, da. Wie mich das jede Minute ankotzt, ey. Nicht mal, nicht mal eine Minute. Wieso? Wie schnell ging das? Das kommt so an. Das ist das Buchen, oder? Das ist schon immer so gewesen, du Scheiße. Oh Gott. Ja, komm, deprimiert es mehr, langsam, wenn es nicht mehr lustig ist. Ey, ich bin ja auch so blöd. Hier geht es auch weiter. Ich bin ja auch blöd. Dachte, man kann nur auf diesen... ...denn-Wieker laufen. Aber nein, ich bin auch so blöd. Boah, ey, du kotzt mich an, langsam, ey. Okay, wirklich, ich brauche eine Pause, wirklich. Ja, okay. Im nächsten Mal geht's weiter, bei Pokémon... ...feuerrote, feuergrüne Edition. Ja, mal schauen, ob wir das irgendwie herausfinden. Ciao. Ciao. Ciao.